Hm. Ich... Ich wollte so gern ein Abenteurer werden. Was mache ich hier an diesem Ort? Wir sind Gottverdammt. Na, du bist wohl auch so alleine. Du bist wie ich. Der Größte. Du bist der Größte, der Beste. Wie konnte ich jemals glauben? Ich könnte die Welt retten. Eine neue Zukunft schaffen. Die Geschichte neu schreiben. Das habe ich mir eingebildet. Es gibt keine neue Zukunft. Ich bin nutzlos. Ich kann überhaupt nichts. Am Ende der Welt überqueren. Den Weg nach Allend finden. Das alles bedeutet nichts. Ich kann nicht mal das Mädchen beschützen, das ich liebe. Lin, es tut mir leid. Ich konnte den neuen Weg nicht finden. Denn du... Von dem du sprachst. Lin... Geister? Ruft ihr mich? Hey! Das ist der Weg zu Zilpardon. Genau. Guido. Vielleicht sagt mir Guido, was ich tun sollte. Okay! Jetzt muss ich nur noch Guido finden! Ach, wieder dieser verdammte Weg! Jetzt habe ich jetzt nicht schon genug Probleme, jetzt muss ich auch noch den Weg laufen. Okay. Schau, schau alle an. Alle arbeiten am Wiederaufbau von Silpardon. Alle, um Guido ist Senior gescharrt. Schau da drüben auf den Hügel. Silpardon wird gewiss zum neuen Leben erwachen. Wie wärs, willst du mithelfen? Ich wollte dich zu Guido, aber du sagst, er ist hier irgendwo... Hallo? Silpardon war noch ein Haufen Schutt, aber nun wächst es jeden Tag ein Stück weiter halb hoher. Ich weiß zwar nicht wann, aber wenn das so weitergeht, sind wir bald wieder auf dem alten Stadt. Ich würde gern mit Guido reden. Vielleicht im Zelt? Ich würde gern mit Guido reden. Ich weiß er nicht. ... 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 Ach ne, da ist er ja. Guido, deswegen habt ihr euch so verhalten, Guido? Ihr Mokai wusstet die ganze Zeit, dass das mal gebraucht würde? Stark. Wow, das sehe mir so gar nicht ähnlich. Ich denke nie voraus. Ach, irgendwie müsste ich auch gerne was. Ich tun soll. So wie ihr alle. Ich will auch was Nütze sein. Oh, ich weiß, Guido. Ich kann dir helfen. In Ordnung? Lass dir helfen, Guido. Das ist nicht gut, Justin. Ich denke, du bist nicht geschaffen für diese Sorte von Arbeit. Ach, Humbug. Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich so nützlos bin, dass sogar du auf meine Hilfe verzichtest. Was? Verzichten? Tun nicht verstehen. Wie Mokai denken, Justin. Mokai nie verzichten auf nichts. Weißt du warum? Weil auch wenn es wertlos aussieht, ist Geist darin. So die Menschen können es brauchen. Irgendwie. Wir Mokai können alles brauchen. Aber Guido, bitte lass mich doch ein bisschen helfen, ja? Ich kann doch sonst auch nichts machen. Justin, du hast immer noch nicht gehört auf mich. Jeder hat seine eigene Rolle. Aber ich hab's verbockt. Zu nichts nutze. Was kann ich tun? Gar nichts. So, denkst du, Justin? Schau doch da. Die Geister? Was? Warum sind sie hier? Damals in Zeiten der Mythen. Menschen und Geister, sie leben zusammen. Bis Gaya hat geboren. Die Ärzten der Menschen. Und niemand versucht, den Ärzten zusammenzufügen. Niemand konnte das. Außer Justin. Du bist so weit gekommen. Ich wusste, du würdest entschaffen. Ich? Wie meinst du, dass ich hätte es geschafft? Das war nie ich. Finn hat's Helper-Don gerettet. Lien hat Geier aufgehalten. Und die letzte Schlacht wird Mullern schlagen. Nicht ich. Ich tauge zu nichts. Justin. Vielleicht willst du ein Elder sein. Aber sage, was kann ein Mensch alleine ausrichten? Ein Mensch. Alleine nichts. Und ich. Ich bin alleine. Deshalb. So? Du denkst? Du bist alleine? Justin. Hast du immer noch nicht begriffen? Justin! Sue? Well, what are you doing here? And everyone else, too? We're here! Everybody! Why? Justin, your hard work here will prove you're a real man. Women dream of being saved by the man they love. Of course, that goes for Fina, too. That's right, Justin. It's not like you to get so down like this, Justin. Besides, aren't you breaking your promise? You said you would explore the world with Fina together forever. But Fina must face her fate as an Icarian. There's no way of escaping that. Li-Liete? That's why you must create a new path. You are the only one who can break open doors shut tight against all reason. Well, the point is, Just, that both me and you, we ain't cut out for thinking too hard. Exactly. Rather than thinking too hard, let's just do it, okay? It'll work out somehow. I just know it. Ra! Li-Liete! Hmm. I, Gatwin, certainly see your greatness as a warrior. And as a man. You have good friends, Justin. Everyone. Everyone. Look, I can see that you are not alone. This is your true power. And it's more than these people. Du hast Welt zusammengebracht. Du hast die Saat gelegt. Alles ist deine Stärke. Also, nütze deine Stärke, um die Welt zu retten. Das ist deine Aufgabe, nicht? Justin, na los. Hör mit dem Miss Miesepeter auf. Willst du den Fina nicht retten? Stimmt. Du hast versprochen, den Steinwald zu rächen, oder? Die Fesseln des Schicksals zu zerreißen. Ich glaube, ich werde die Farbe meiner Tafel selbst bestimmen können. Stimmt. Ich habe noch Kräfte übrig. Alles, was ich tun musste, war, mit allen zusammenzuarbeiten. Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Ich bin nicht allein. Ihr seid alle bei mir. Ihr Geister. Ich komme. Was ist das? Das Geistertor hat... Das ist dasselbe wie das Portal, das sich dem Geöffneten hat, die Wahrheit zu verkörperte. Am Anfang der Anstellung Zivilisation. Ich hätte gedacht, der Geweihte erscheine nur einmal, am Anwegen der Welt. Aber nun steht die Geburt einer neuen Geweihten bevor. Die Geister haben dich für ihr würdig befunden, in das Heiligtum einzugehen, um eine neue Welt zu schaffen. Die Geister? Nicht? Du bist auserwählt worden, den neuen Geisterstein zu besitzen. Gehen wir, Justin, ins Heiligtum. Der Geister, zeige dich dem Willen der Geister, Gewachsenen. Wenn du so groß wirst, wie sie befehlen, werden sie dir mit Sicherheit ihre Kräfte verleihen. Ja, das will ich. Ich will es. Gehen wir ins Heiligtum. Gehen wir ins Heiligtum. Gehen wir ins Heiligtum. Geistergeister. Den Typen kennen wir doch. Und, äh, du? Ah, okay. Dann werden wir mal die neuen Gegner gleich mal hier testen. Und, äh, wir haben schon einiges an Verheiligung. Oh, cold, that freezes all. Oh, come here. Wow. Das war's. What a cinch. Hier geht's! Ja, sogar das heißt es aus. Oh, Twisting Winds, come here! Come back with me and Floor Space. What a cinch. 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 So, mal gucken ob das besser ist als unser derzeitiges Item, das Rapp hat. Hm, jetzt würde ich aber jetzt gerne wissen, wo ich hin muss. Ja, ich würde gerne wissen, wo ich hin muss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wunderschön! Untertitelung des ZDF, 2020